Und schnurstracks geht es weiter, dieses Mal mit Klammern. Der einzige Unterschied ist jetzt, wir müssen den Term links und den Term rechts erstmal noch auflösen, also Terme berechnen. Das war ja das, was im ersten Kapitel ausgiebig dran war. Das heißt, es kann durchaus passieren, dass wir jetzt erstmal bei der linken Seite die Klammern auflösen müssen, Binome finden müssen, binomische Formeln ausrechnen müssen, Summonterme multiplizieren müssen und so weiter. Klammern schlicht, Klammern auflösen und dann erst zusammenfassen. Ich zeige es euch, wie das jetzt funktioniert. Hier sind wir zwei Klammern, das und an der Stelle. Das heißt, wir müssen zuerst diese Klammern auflösen. Hier 2 mal x und 2 mal minus 5 ergibt also 2x minus 10. Aufpassen, ja, plus 2 mal minus 5 gibt minus 10, wissen wir noch. Auf der zweiten, beim Rechtster muss ich minus 3 mal x multiplizieren. Aufpassen, das Minus gehört zu der 3 dazu, muss ich mitverrechnen. Minus 3x und minus 3 mal minus 4 gibt plus 12. Und jetzt bin ich eigentlich genau da angelangt, wo ich vorhin auch schon war. Jetzt geht es ans Zusammenfassen. Das heißt, das, was neu dazu kam, ist nur hier auf dem Linksterm und auf dem Rechtsterm sauber die Klammern aufzulösen. Als nächstes also 3x minus 22. Warum? Weil x plus 2x 3 ergibt und minus 10 minus 12 minus 22. Das heißt, ich kann jetzt hier ganz einfach zusammenfassen. Genauso mache ich es auf der rechten Seite. Ich muss 6 und 20 zusammenfassen, minus 3x. So, und jetzt ist die Frage, wo bringe ich meine x hin? In dem Fall habe ich mir gedacht, bringe ich meine x darüber und die 22 bringe ich darüber, damit ich die Nicht-x hier habe. Also, zuerst plus 22. Ich hätte natürlich auch zuerst plus 3x machen können. Das heißt, auf beiden Seiten plus 22 rechnen. Dann erhalte ich hier 48 und hier fällt es natürlich logischerweise weg. Als nächstes muss ich noch dieses minus 3x hier rüber bringen. Also, plus 3x. Quasi das Gegenteil davon machen. Bleibt auf der linken Seite stehen. 6x ist gleich 48. Und jetzt erst kann ich die Punktäquivalenz machen. Das heißt, auf beiden Seiten geteilt durch 6. Dann ist x gleich 8 und ich habe die Lösungsmenge. So funktioniert es. Die Äquivalenzpfeile, die ich jetzt dazu gemacht habe, wir verdeutlichen einfach, dass genau an der Stelle eine Äquivalenzumformung stattgefunden hat. Äquivalenzumformung heißt, ich muss das, was ich wegkriegen will, auf beiden Seiten machen. Es reicht nicht nur, dass ich eine Seite irgendwas wegkriege, sondern es muss die andere Seite genauso davon betroffen sein. Deswegen äquivalente Umformung, dass diese Gleichung äquivalent, also gleich bleibt. Dass es keine andere Lösung gibt. Und das solltet ihr eigentlich heute mitgenommen haben. Dass man mit Klammern genauso äquivalent lösen kann, genauso umformen kann, nur dass man eben vorher erstmal Klammern auflösen muss.